Eyjo Leute, wieder mal Meat Boy! Hatten wir schon länger nicht mehr. So, das liegt eventuell auch daran, dass hier keine neue Level gemacht werden. Hm, das sind immer noch, glaube ich, die, die das letzte Mal auch da waren. Das ist irgendwie extremst scheiße. Aber wir werden schon irgendwas finden, hoffe ich. Deswegen klicken wir eine Runde uns hier durch. Kennt ihr ja mittlerweile auch. Ihr dürftet die ganzen Dinge ja schon kennen mittlerweile, die ganzen Level hier. Von daher, lasst uns schauen, lasst uns schauen. Äh, Hellworld! Die habe ich noch nicht gemacht. Die machen wir jetzt. Auf, auf! Hm, ich bin so müde, ich bin gerade erst aufgestanden. So, kein Problem. Fünf Level. Auf geht's, Hellworld! Oh ja, das, das ist die Hölle. Ich merke's. Und die Säge schießt... Hä? Moment. ...nach unten und trifft mich trotzdem, oder wir. Okay, okay. Naja, war so schwer nicht eigentlich. Das war ganz, äh, merkwürdig. Aber so schwer war es wirklich nicht. So, da! Ja, 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 das ist wohl knapp. Da hin und darüber rennen! Und da hoch! Und da ist eine Säge, verdammt! Und ein Bandage. Oh, und die Vögel sind in die Säge geflogen. Das Arme und die arme Viecher. Gut. Äh. Wow, wow, wow. Geht mir nicht auf den Nerv, ihr sägen. Gut. We did it! Ja, doch, ich würde sagen, das ist schon die Hölle hier. Doch, ich merke's. Aber vielleicht wird ja noch schwerer. Das hier sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Muss man ja super zugeben. Uiuiui, es hat geruggelt. Und, oh Gott, ich bin gestorben. Da war was mitten im Weg. Äh, okay. Ich will das Bandage haben. Evil! Ich habe es. Gut, und jetzt will ich dahin. Gut, lass überlegen. Wo könnte es lang gehen? Okay, da unten. Da. Okay, hab's Spiel abgestürzt. Das ist irgendwie nix Neues. Das Spiel stürzt gerne mal ab. Scheiß Spiel. Bis gleich im nächsten Level. So, im nächsten Level. Hey, nie was passiert. Wir sind nie irgendwie aus dem Spiel gewesen. Das Spiel ist auch nie abgestürzt. Quatsch. Uiuiui, viel zu viele Raketen. Ey, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ich mag dieses Retro. So. Lalalala. Lalalala. Oh Gott. Da muss man ein bisschen schneller sein. Okay. Äh. Ist man irgendwo? Okay. Machen wir es eben so. Okay. Hier langsam raus. So. So, und da unten ist ein schwarzes Bandage Girl. Gut, wir haben Hellworld geschafft. Ich bin so überzeugt. Gut, was können wir als nächstes spielen? Wir spielen... Ähm... Hier, das hier. T-Internetz. Na dann, na dann. Bin mal gespannt, was auf mich zukommen mag. Oh Gott. Und es lädt lang. Also könnte es eventuell ein bisschen länger werden. Aber wir haben Zeit. Wir haben sehr viel Zeit. Ja komm, mach hin. Gut. Eieieiei. Punkt A, es laggt. Punkt B, es sind 20 Löffel, verdammt. Ich glaube nicht... Ne, das mache ich nicht. Ne, das mache ich nicht. Dann eben das hier. Remnant Starkworld. Mal gucken, wie lang das ist. Oh Gott, es lädt auch wieder länger. Ach, die Musik ist cool. Dam, dam. Gut, es scheint mir auch sehr, sehr groß zu sein. Also wird es auch wegfallen. Ach, wir finden schon noch was. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Golden Tee, haben wir es schon gemacht? Keine Ahnung. Golden Tee nochmal. Schon mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Naja, haben wir schon gemacht. Das weiß ich. RGB. Easy Level RGB. Haben wir es schon mal gemacht? Ihr weiß es, wir machen es einfach mal. Easy Level hört sich gut an. RPG hört sich eigentlich auch ganz cool an. Fünf Level. Mal gucken, ob wir irgendwas cooles hier finden. Ah, das sieht so aus, als ob ich es schon mal gemacht hätte. Irgendwie. Aber egal. Nein. Da haben wir da warm. Ich mache das jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Oh, das war nicht so gut. Ey, wir sind Retro Midboy. Sehr cool. Sehe ich jetzt erst. Hey, warum fähig ich denn so rum? Oh, was soll das? Okay. Geht's doch. Bandage Girl. Ja, das kenne ich. Ich glaube, das kenne ich. Oder? Ich glaube schon. Ja. Egal, wir machen es einfach jetzt trotzdem nochmal. Wie ging das nochmal? Ja, das habe ich aber schon mal gemacht. Doch. Aber was soll's. Ein bisschen an die alten Zeiten erinnern, ist doch immer cool. Ich weiß noch, dass ich hier ewig rumgefallen habe, hier an der Stelle. Und das ist es, als ich es hier auch gerade wieder mache. Also es hat sich quasi nichts verändert, hier in Staffel 2. Immer noch der alte. Micros One, was geht ab? Oh mein Gott. So, noch einmal. Gut. Noch einmal. Und. Und. Noch einmal. Guck mal. Scheiße, warum fähle ich denn hier so rum? Das ist gar nicht so schwer. Und dazu guckt noch, dass ich es schon mal gemacht habe. Loser. Muss man auf mir ja selbst mal jetzt sagen. So. Warum lagts? Oh, fuck it. Ich kann doch nicht bei einem Level, wo ich schon mal gemacht habe, so rumfählen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht bei einem Level, wo ich schon mal gemacht habe, so rumfählen kann. Was ist das Bandit eigentlich? Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Nee, 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 nee. Ein Level, das ich auch mal gemacht habe. Ich fähle es auch rum. Ihr könnt ja mal gucken. Äh, Staffel 1, ob ihr das findet. Dieses Capture. Und dann könnt ihr mal gucken, wie ich mich da dran gestellt habe. Nicht sehr viel besser, glaube ich. Ach komm schon, ich bleibe jetzt da oben da drauf stehen So, ich habe jetzt voll den Plan in der Tasche Achtung Ich weiß auch nicht, warum ich hier so rumfäle Ich habe keinen Plan Aber ich habe jetzt voll den Plan in der Tasche Achtung Hä, hä, hä Was sage ich? Mit einem Plan lässt sich die ganze Sache ganz easy Oh Gott, kontrollieren Und ja, ich erinnere mich wirklich noch an das Level Verdammt Was soll das? Ach so, da unten ist ein Schalldamm Ich sehe es jetzt erst Okay, okay Nein, 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 nein Okay, okay, okay Ja, geschafft Und daran erinnere ich mich auch noch Das war nervend Aber leicht Und ich glaube, beim ersten Mal hat mich genau dieses Ding auch erwischt Ja, komm schon So Haha, du triffst mich nicht? Und dann doch getroffen Ja, was ist los? Was soll das? Komm, lass mich wieder dieses Level packen Oh Gott, ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Ich habe hier irgendwie plötzlich die Tetris-Mosik in meinem Kopf Ich kann nicht sagen, warum Aber egal Das macht mir irgendwie Spaß Warum? Okay, jetzt packe ich es Achtung So 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 Und geschafft Sage ich doch Ich muss mich bloß auf die Seite konzentrieren Dann klappt das auch So Noch was ins Video mit reinnehmen Weil das Wie gesagt, das kennt man ja schon So Ähm Das habe ich auch schon gemacht Ähm Le- Oh Gott Nein, das muss nicht sein Das muss nicht sein Der Dummdi dein Ähm Was bist du eigentlich? Fina Na, egal Ham 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 Netherless Okay Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht Ich glaube, das ist mir fremd Uah Komm, mach es Mach es fünf Level, damit es noch hier ins Video gut passt Und dann ist alles cool Okay, neun Level Und es laggt wieder Es ist alles so cool Gut Oh mein Gott Kann mir einer erzählen, was ich bin und wo ich bin? Alter 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 Ich bin leicht verwirrt Äh Okay, hier ist ein Schlüssel Hier ist ein Schlüssel Hier ist ein Schlüssel Hier ist ein Schlüssel Hier Ey, da unten ist doch Bandit, gell? Äh, ich komme nicht dran Okay Ich sammle Alter Alter, was war das? Oh, was bist du? Mit wem spiele ich hier eigentlich gerade? Sieht aus wie Brown hier Das ist ein Stranges Level Okay Oh Gott, das ist ja dumm Dumm, die Okay So, du Okay Du Und du B Na Das ist ein dummes Level Ich habe jetzt mal erzählt, was das hier für ein dummes Level ist. Ah, komm schon. Ich habe jetzt noch mal ein paar Schlüssel vergessen, ich weiß. Aber ich will erst mal gucken, wo ich hier überhaupt bin und wo ich überhaupt hin muss. Weil irgendwie ist das hier ein ganz, ganz merkwürdiges Level. Äh, aha. Äh, aha. Ei, 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 ei. Bandage Girl, ich will doch nur zu dir. Du hast zu viel Schlüssel in dir. Auch wenn ich das jetzt merkwürdig anfühlen mag. Oh Gott, hier komme ich überhaupt noch hoch. Ja. So. So. Und du noch, jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Jetzt nur noch heil da ankommen. Oh, ei, 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 ei. rein jetzt dürfte ich eigentlich zu dir kommen ich bin vorbeigesprungen du musst dafür will spielen das ist dieses level gut was wie viel zeit haben wir eigentlich noch ich habe keine ahnung soll ich hier cut machen oder so nachdem ich jetzt schon keine lust mehr auf den ganzen quatsch ja ja gut wir machen hier ein kart würde ich sagen dann sehen wir uns das nächste mal bei mit boi chillen brett und peace